Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich bin das Wobo und ich habe in meinem letzten Video mein E-Bike an einer Ladesäule für Elektroautos geladen. Ich habe euch in dem Video erzählt, warum ich das mache. Ich habe euch gezeigt, wie das technisch funktioniert. Habe im Nachhinein aber gemerkt, dass euch auch sehr interessiert, ob man das überhaupt darf. Ich habe viele Kommentare bekommen, die meinten, das ist nicht richtig, eine Ladesäule zu blockieren. Manche haben sogar gesagt, das ist illegal, ich hätte eine Straftat begangen. Ist das so? Ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt schlau gemacht im Nachhinein. Darum dieses Video. Wir beschäftigen uns damit nach dem Intro. Das Schöne in unserem Land ist ja, hier ist ja alles geregelt. Der Straßenverkehr ja sowieso und mittlerweile auch die Elektromobilität. Ich habe mein E-Bike, genauer gesagt mein Pedelec, an einer Ladesäule mit Typ 2 Steckdose auf dem Gelände eines Supermarktes geladen. Die Nutzung von Elektroparkplätzen ist in der Straßenverkehrsordnung und im Elektromobilitätsgesetz geregelt. Seit der Straßenverkehrsordnungsnovelle April 2020 gibt es einheitliche Regelungen, dass auf Elektroparkplätzen halt nur Fahrzeuge mit Elektromotor und E-Kennzeichen parken dürfen. Relativ neu ist auch ein einheitliches Bußgeld in Höhe von 55 Euro bei Verstößen. Das gibt es erst seit November 2021. Muss ich jetzt mit einem Bußgeldbescheid rechnen? Wir schauen uns jetzt die entsprechenden Gesetze mal etwas genauer an. Im Elektromobilitätsgesetz in § 3 ist geregelt, dass die Kommunen die Möglichkeit haben, in ihrem öffentlichen Parkraum Elektrofahrzeugen besondere Annehmlichkeiten zu gestalten. Sprich, dass das Parken kostenlos ist, zum Beispiel wenn sie laden. Das ist in jeder Kommune anders geregelt. Dementsprechend ist die Beschilderung auch überhaupt nicht einheitlich. Ich in meinem Fall habe ja jetzt auf dem Gelände eines Supermarktes geladen. Das ist kein öffentlicher Parkraum der Kommune, in diesem Fall der Stadt Münster, sondern ja Privatgelände des Supermarktbetreibers bzw. des Besitzers des Geländes. Ich habe jetzt kein Hinweisschild darauf gefunden, dass ich dort mit meinem Pedelec oder mit meinem Fahrrad, mit meinem E-Bike, wie immer ihr es auch nennen oder sehen wollt, dass ich da nicht parken darf. Oder dass ich es nicht abstellen darf, genauer gesagt. In der Rechtsprechung gilt ein Fahrrad als Fahrzeug. Ein wesentlicher Unterschied zum Auto ist aber, dass es für Fahrräder keine Parkverbote gibt. Da gibt es eindeutige Rechtsprechung vom Oberverwaltungsgericht in Hamburg und auch vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das Abstellen von Fahrrädern ist Gemeingebrauch vom öffentlichen Parkraum bzw. vom öffentlichen Verkehrsraum. Was man dabei beachten muss, ist natürlich, dass man niemanden behindert. Man darf sein Fahrrad jetzt nicht in einen Rettungsweg stellen, keinen Gehweg zustellen, natürlich nicht auf der Fahrbahn abstellen und das Fahrrad muss betriebsbereit sein. Man darf also kein Schrottfahrrad jetzt irgendwo wegwerfen. Demnach muss ich also nicht mit einem Bußgeld rechnen, denn ich darf mein Fahrrad, E-Bike, Pedelec, ist in der Straßenverkehrsordnung ja irgendwie alles das Gleiche, wird ja alles als Fahrrad gesehen, nicht das Speed-Pedelec, das ist ein Kleinkraftrad, also die mit dem Mofa-Kennzeichen hinten dran. Ich fahre ein normales Pedelec, das gilt als normales Fahrrad und das darf ich im öffentlichen Verkehrsraum und auch auf dem Parkplatz des Supermarktgeländes, wo die Straßenverkehrsordnung gilt, da darf ich das abstellen. So, Thema abstellen, Haken dran. Was sagt aber jetzt der Besitzer der Ladesäule? Ich habe ja die Mobility Plus App auf mein Smartphone geladen, damit auch bezahlt. Ich habe jetzt ja nicht den Strom da irgendwie rechtswidrig ergaunert, nein, ich habe das ja auch regulär bezahlt, aber es gibt natürlich allgemeine Geschäftsbedingungen zur Nutzung dieser Ladesäulen. Und da habe ich bei meinem Anbieter, der die Mobility Plus App halt da vertreibt, das ist EnBW, Energie Baden-Württemberg, in die AGBs geschaut und da gibt es keinen Hinweis, dass ich irgendwie eine Mindestleistungsmenge abnehmen muss, dass mein Fahrzeug eine Mindestleistung haben muss. Da gibt es schon einen Hinweis über Ladesäulenblockierung. Heißt, wenn ich dort länger als vier Stunden mein Fahrzeug stehen habe, beziehungsweise mein Fahrzeug lade, es geht jetzt ja um die Ladesäule, dann muss ich eine Blockiergebühr von 12 Euro pro Stunde zahlen. Also ist auch das okay, dass ich mein Fahrzeug da lade. Ich blockiere also keine Ladesäule, weil es in den Geschäftsbedingungen von denen, die die Ladesäulen da betreiben, halt nicht anders geregelt ist. Das ist vielleicht nur in den Köpfen von manchen Zuschauern hier anders geregelt, dass sie meinen, dass sie als Autofahrer natürlich wieder höherwertige Rechte haben als andere Verkehrsteilnehmer. Mit meinem Video wollte ich euch zeigen, dass es halt technisch möglich ist, sein E-Bike an einer Ladesäule mit Typ 2 Stecker zu laden. Mir ging es nicht darum, jetzt alle E-Bike- und Pedelec-Fahrer zu motivieren, dies auch regelmäßig zu machen. Auch ich werde 99% der Fälle in der Zukunft mein Rad an einer E-Bike-Ladesäule oder auch gerne in der Gastronomie laden, wo ich dann nebenbei noch meine Jägerschnitze mit Pommes genießen kann. Auch ich finde, dass diese E-Ladesäulen-Stellplätze, diese Elektroparkplätze den Elektrofahrzeugen vorbehalten sein sollen, den reinen Elektrofahrzeugen, aber auch nicht den Plug-in-Hybriden. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, auch gerne einen Daumen nach unten, denn auch das unterstützt meinen Kanal. Und gerne auch einen Kommentar. Ich bin schon ganz gespannt, wie ihr das Ganze hier beurteilt, was ihr dazu meint. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was ich in der Zukunft mit meinem E-Bike unternehme, wie ich zum Beispiel in der Rushhour in Münster mit meinem Speedpedic den Berufsverkehr behindere, dann abonniert meinen Kanal. Und seit einigen Wochen habe ich auch einen Live-Kanal. Dabei geht es in der nächsten Folge um das Thema E-Bike-Transport, denn dabei ist auch so einiges zu beachten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo.